Ihr dürft noch mal raten, was das für ein Geräusch ist. Ja, krass. Okay. Spiel starten. Das sieht ja ordineur aus, nicht? Ich meine auch, es ist doch kompletter. Läufe angebotet. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Wiring-Bombe ausformen. Jetzt hat er total was Falsches ausgesucht. Jetzt hat er den Nahkampf gemacht. Wir müssen jetzt diese Dinger da einnehmen. Ja, das wäre jetzt was ganz anderes. Na gut, ich schaffe. Tschönen wir. Tschüss. Ein feindlicher Bombe hat unseren Kampfläufer als Ziel erpasst. Omega Staffel, bitte kommen. Verwinden Luftunterstützung. Hier Omega 9, bin unterwegs. Ja super, jetzt müssen wir auch noch gegen die Kampfläufer. Ich werde verrückt. Und ich habe jetzt nur Nahkampfkacke. Nahkampf, wer bist du denn? Ja, hinter dir. Ja, jetzt müssen wir unten reingehen. Ich habe runterfahren wie der Hochfahrer. Aufwand. Go, 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 go. Go, 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 go. No, go, 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 go. Wo ist das? Wo ist das? Ich habe die Tiefahrt. Ich habe ihn eingescheißen. Wie? Unser AT-AT wird von einem feindlichen Bomber anvisiert. Ja. Ja, was muss ich doch machen? Ich habe die T-Roll. Nein, keine Ahnung. dieser kopf geldjäger ist hier erarbeitet das das verstanden so kann ich nur die gleiche hand im haus und verstärkt sich ja bei mir ist hand 1 und 2 das gleiche ja ist fast eingestört da muss ja laufen ich hab hier den rt rt oder wie heißt er geschickt was wir machen müssen aber jetzt müssen wir können die nicht einnehmen wir müssen die ebenfalls abschalten ja jetzt kannst du es scheiße baller björn hat mich ja da hat das bär sehr viel gebracht in der dinge mein ding war man hat mich noch aufgehalten ich bin hier unten mal drei schittert drei kann das sein in den rück sind wir geschossen das alte sau master Boah, ey. Ich bin nur tot. Oh, Mann. Ich bin 40er Karten so überlassen. Die Rebellen haben den Abling aktiviert. Vorrücken und abschalten. Ach, er hat verpüpscht und zugestrickt, ey. Ihre Rebellen schicken Luftunterstützung. Aufpassen. Boah, der Hengesatz. Ja, kann doch. Die Schilder des Kampfläufers sind ausgefallen. Verteidigt ihn. Der AT-AT ist den Rebellen schutzlos ausgeliefert. Verteidigt ihn. Schön geil aussieht. Ist das auch ja umsackbar? Der AT-AT muss noch eine Weile beschützt werden. Oh, der. Zurück zu den Ablingstationen vor. Nein, der Döne. Es ist schon wieder so ein Döne an den Finger, ey. Ich finde keine vernünftige Waffe. Oh, nee. So, schau. Das ist ein Impulskanon. Das ist ein Impulskanon. Ja. Ach, ne, ich geht's. Was das macht? Ich bin schau. Ja, ich bin schau. Ich bin schau. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Wir haben Ihr Signal unterbrochen. Macht weiter Druck auf diese Rebellen. Wir sind in der Unterstaat. Alle in Deckung. Orbitalangriff. Ach, da ist ein Geschütz. Verbübscht und zugeschraubt. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll eigentlich. Die fahren das hoch. Wenn das rot ist, müssen wir da hin und das wieder runter fahren. Aber ich komm gar nicht bis dahin. Quasi die nehmen ein und wir müssen zurückerobern. Achtung. Bei verteidigen dieser Bunkeranlagen haben wir auch geil. Lass uns mal zu drehen in so eine Bunkeranlage gehen. Wir treffen uns an dem linken herunterfahren. Da treffen wir uns aber wirklich jetzt mal. Okay. Dann wird es wieder schwierig, ne? Ach so, stimmt. Ich bin da. Ich warte auf euch. Wo seid ihr? Hinter mir ist einer? Ja. Okay. Ich bin durch. Komm wieder rein. Flug Skywalker wurde unweit von eurer Position gesignet. Das ist verrückt, 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 verrückt. Da drinnen! Da kommt Lug! Da kommt Lug! Da kommt Lug! Da kommt Lug! Seh mal, alle nieder! Ja, mein. Die Kackbunker stehen. Kacke! so schön vorgekämpft das schwein nie kommt er und dann rasselt er so mit scharfer klinge glaube ich mit heißer klinge das ist das ende von skywalker und dieser ich bin hier vorgeprägt ich bin jetzt auf der anderen seite oder von euch ja wir sind bei dem der eingenommen ist und versuchen ihn zu halten das rebelle pack hat unseren kampfläufer zerstört ich habe auch mäßig tot bin ich weiß zwar nicht warum aber wir haben gewonnen ich habe mich eingetönt wir haben auch auf jeden fall jetzt eine blaster serie gekriegt ich habe mich eingetönt ganz zum schluss da kopf geht ihr immer noch null prozent aber er hat nichts weiter hier oder kommt jetzt noch mal gleiche wir sollten uns was kleines suchen oder ja ist ein bisschen ruhiger und ich muss mal eben schiffen also raus ja 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 also 5 px und 4 px aus dem jahr 4 px erweitern specks aber wir sind teurer als battlefield battlefield gab es 5 px oder die nehmen dasselbe jetzt viel für battlefield auch den profi und eine krisse nur bei bei über jene krisse gar nicht irgendwo anders in season pass ja die krisse auch anders ja martin auch anders gekauft ja 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 wieder da nope WB? ja dann gucken wir mal auf dem Server-Modi aber da findest du kaum halt welche ja ich suche noch mal das Beste zu äh, Spiel oh kommt rein schnell 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 go 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 Marco ach war doch platz satt platz satt ach ajajajajajaj jaajajajajaj